so hallo herzlich willkommen auf dem kanal sergeant power her am start ja freunde freunde des guten geschmacks call of duty 2 video nummer 13 wir machen weiter wir ziehen es durch wir bringen das spiel noch zu ende und bevor wir weitermachen würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freund und wenn ihr mich mit dem kostenlosen ab unterstützen wollte einfach den abo knopf betätigen schon seit in der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei ich ging und dann müssen wir uns genauer start schon bei den video geladen station power ist lost im game und wenn ihr mal im last im dabei sein wollt dann auf www.twitch.tv oder den link in der video beschreiben nutzen und wenn jemanden drin gelder lassen möchte dann auf www.paypal.de oder auch da den link in der video beschreiben müssen ja meine freunde wir machen weiter wir wollen den krieg gewinnen tunesien 1943 die alliierten gewinnen an boden und drängen das afrikakor zur marit linie einer 35 kilometer breiten verteidigungslinie im östlichen tunesien nach dem verlust seiner hauptversorgungsbasis in libyen bereitet sich das afrikakor auf die verteidigung zu beiden seiten vor es sitzt zwischen den amerikanischen einheiten im westen und den truppen des britischen commonwealths im osten fest trotz dieses vorteils müssen die alliierten vorsicht walten lassen da das gelände einen vorteil für die verteidiger darstellt ok 10 märz 1943 15 uhr tunesien sonnig leichtwindig 29 grad wir hatten in den letzten tagen nur wenig zu tun und haben unsere position in tushane gehalten seitdem warten wir darauf dass der rest der division zu uns stößt es scheint so als hätten die deutschen aus irgendeinem grund ihre sieben sachen gepackt und in windeseile die flucht ergriffen sie ließen dabei intakte mgs treibstoff und munition zurück ihre lage muss langsam über sich auf langsam aber sicher verzweifelt werden wenn sie derartige dinge zurücklassen sergeant john davies siebte panzerdivision schweig Untertitelung des ZDF, 2020 ouch 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 ich habe mich vor er kommt zeigt die moho juli blot sagt ich war da lang Hedgehot Junge Nicht mit mir du Pisser Okay Autsch Wo 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 Da war auch immer wieder eine Jetzt sterben du Pisser da oben Alter Tricksnacken Bamm Wichser Wo 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 D 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 Kleiner Roten, du. Kleiner Stricher. Oh. Was zum Teufel versuchen? Jetzt verstehe ich jetzt. Können wir gehen, ja, Können wir gehen. Vorsicht von dem Panzerfeusten, David. Ein Serben, ein Serben, ein Serben, ein Serben. Der Panzerfeust, der will ich mich verarschen. Schalten Sie es auf. Was ist der Fall? Was ist das? Was ist das? Ich hoffe, sie wissen! Fixer! Fixer! Ja, den habe ich auch gesehen. Oh! Ja, den sind wir aufgewählt. Zielen Sie auf den Antrieb! Jetzt wäre ein guter Save von MacGregor! MacGregor! Das war's! Er ist weg hier! Ja, da ist ich noch vieler Bande. Eine Sackgasse! Wir wenden Sie los, Babys! Halten Sie uns die Dosen vom Alz! Und Panzerbaut! Direkt voraus! Und Panzerbaut! Und Panzerbaut! Und Panzerbaut! Direkt voraus! aus 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 Gehen Olle Bloss. Äh, wenn der nicht weiß, wo der hinschießen soll, wo der hinschießen soll. Autsch! Pennen. Äh, ja, genau. Der fährt aber auch ein Müll zusammen, sorry. So ein Scheiß, der Schahne, das haben wir fahren, ey. Ich schieße auf den Driftschnauber. Ich frage mich, wie man so ein Scheiß hier zusammenfahren kann, wie der? Und Rollpunkt erreicht, warum ist er vorher nicht da weiter? Wo ist der Panzerfaustschütze, der mich gegildert? Da war einer. Und da ist er einer. Wir sterben. Ich weiß, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, von wo. Keine Ahnung. Ah, okay. Lebe noch. Zeit zum Abhauen. Da war noch fei. Okay. doch sterben man ihr drecks wichser keinen übriger hier hier wir sind tot wenn wir hier bleiben ich bin noch so kommen wenn das so wackelt so richtig ekelig so was ist im normalen krieg überhaupt nicht möglich dass die erde so wackelt hier machen wir einen dreckigen roten alder hier verrecken du bastard wir müssen hier unbedingt ja da ist der lkw auf jungs ja ich war was direkt aber das ziel des krieges ist es nicht für das eigene land zu sterben sondern der gegner für seines sterben zu lassen general george espen schöne anekdote ok wir haben wieder eine mission geschafft meine freundin wie es weitergeht natürlich im nächsten video und wenn euchs wieder gefallen hat auf jeden fall daumen nach oben da lassen wenn ihr mich mit dem kostenlosen abo unterstützen wollte einfach den abo knopf betätigen schon seit einer power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingt dann ist er ganz genau es hat schon bei uns im staatschen worden wie durchgeladen such an power ist last im game und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollen dann auf www.twitch.tv slash ich setze geht es power oder den link in die video beschreibung nutzen und wenn jemanden drin gelder lassen möchte dann auf www.paport.de oder auch da den link in die beschreibung nutzen hier meine freunde jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen wir haben das hätte erreicht und ja ihr wisst was kommt lasst euch nicht ärgern nicht von dem man es meistens wenn ihr schlafen geht lasst die hände über der bitte gespielt nicht an euch selbst rum lasst eurem partner partner machen alles andere ist egal ich bin dann raus wir sehen uns im nächsten video im nächsten leistung wieder macht's gut und bis dann wir sehen uns im nächsten video im nächsten video Vielen Dank.